Hey Leute, David von iDesignish hier. So, ich wollte euch doch mal ein kleines Lebenszeichen für mal geben, dass ich noch nicht ganz untergegangen bin. Es ist momentan so, dass ich viele Anfragen bekomme bezüglich Intros oder generell einfach Designs und dementsprechend etwas eingebunden bin. Zum anderen habe ich halt auch private Dinge zu tun. Das heißt aber nicht, dass ich jetzt keine YouTube-Sachen mehr machen werde. Ich werde natürlich so schnell wie möglich noch mal was raushauen. Ich werde, musste natürlich auch noch mal ein 3000-Abo-Special vorbereiten, das ich jetzt vor einer Zeit noch mal geplant hatte. Ich werde mal so ein riesen Klopper. Und ansonsten würde ich sagen, ja okay, habt mal Geduld und ich wollte mich an nochmal melden, dass ich noch lebe. Zum anderen bezüglich den 3000 Abonnenten muss ich sagen, hey, ich bin echt dankbar für euch, dass ich jetzt schon 3000 Abos erreicht habe. Wie gesagt, mein Abo-Special kommt bald. Und ja, macht einfach weiter so. Ich komme momentan gar nicht dazu, das wirklich zu refreshen, weil momentan kriege ich einfach zu viele dazu. Also auf jeden Fall, haut rein. Bis dann, ciao.